Ja und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Pura in Jüterbock. Ich stelle euch meinen Laden vor und dann würde ich sagen gehen wir mal rein, gucken mal. Ja und hier sind wir im Eingangsbereich meines kleinen Lädchen, den ich erst letztes Jahr gegründet habe, 2022. Das ganze war eine ganz kleine Entscheidung. Hier in der Nähe gibt es ja bloß den Großhandel Nico Europe. Wir sind ja hier in Jüterbock und es gibt keine weiteren Vertragspartner, wo man irgendwo was kaufen könnte und da ist mir die grandiose Idee gekommen, weil mich das selber sehr genervt hat, keinen Vertragshänder in der Nähe zu haben oder keine kleinen Händler, keine Feuerwerkslinien in der Nähe zu haben. Einfach mal selber einen Laden zu eröffnen. Ja, dann würde ich mal sagen stehen wir mal gemeinsam auf und dann gehen wir mal vor in den Vorstellungsraum und schauen uns hier mal an. Ja und damit hallo und herzlich willkommen in unseren Vorstellungsraum. Wir haben hier unsere kleine Beratungsecke und wir haben hier aktuell unsere kleine Ecke für die kleinen Kinder, unser Kinderfeuerwerksabteilung. Genau. Ja, wofür steht denn Pyrrhane eigentlich? Pyrrhane steht nicht nur dafür, um Kinderfeuerwerk bzw. Silvesterfeuerwerk am Ende des Jahres zu verkaufen. Pyrrhane steht natürlich auch dafür, dass wir Firmenfeuerwerke machen. Wir machen Hochzeitsfeuerwerke. Wir machen alles ringsherum, was der Kunde sich wünscht und auch wenn das Hochzeitspaar zu uns kommt und sagt, er möchte das ganze Feuerwerk nur in Rot haben, weil das die Lieblingsfarbe ist oder sie möchte einen Goldring zum Anfang haben, können wir das natürlich alles verwirklichen. Genau, dann gehen wir einmal rum zur LED-Wand und wie ihr seht, wir haben wenig Artikel in der LED-Wand ausgestattet. Natürlich, wir sind beim Anfang des Jahres, wir dürfen nicht so viel Sprengmasse haben, um das alles auszustellen. Alles andere seht ihr bei uns im Online-Shop natürlich. Genau und dann noch mal ganz kurz zu mir. Ich bin knackige 22 Jahre alt. Wir versuchen mit dem Laden etwas Kleines aufzubauen. Wir wollen die Leute natürlich ein bisschen mehr erreichen. Nicht nur immer das gleiche Standardfeuerwerk zu kaufen in den Laden, sondern dass die Leute sich auch mal begeistern von Feuerwerk und mal sehen, was Feuerwerk wirklich heißt. Denn Feuerwerk heißt nicht nur, dass es am Himmel knallt und rums macht, sondern Feuerwerk ist auch was, was schön aussieht, was verbindet mit Menschen, was qualitativ auch hochwertig ist, was nicht immer teuer sein muss, sondern auch billig sein kann und trotzdem schön aussehen kann. Weil wir gerade einmal hier unten sind, kann ich euch gleich einmal zeigen, weil die Verbünde hier liegen. Wir bieten aktuell in unserem Shop Nico an, Blackbox und Leslie. Wir haben uns zum Beispiel aktuell gegen den Kauf von Funke entschieden oder gegen Veko, weil wir erstens a Preis-Leistung absolut nicht mehr mitnehmen können und b die Qualität auch etwas gelitten hat die letzten Jahre. Ja und dann kommen wir natürlich noch dazu, was wird euch auf YouTube erwarten? Auf YouTube erwarten euch Produktvorstellungsvideos von unseren Produkten, die wir auch im Laden verkaufen. Natürlich ein bis zwei Mal in der Woche aktuell. Steigert sich aber natürlich von Zeit zu Zeit, damit ihr euch natürlich auf den Silvesterabend vorfreuen könnt. Ja, das soll es natürlich gewesen sein von unseren kleinen Kanal-Trailer, von unseren kleinen Laden. Wie gesagt, klein, aber fein. Kommt gerne mal vorbei. Pyro-Handel-Jüterbock, wenn ihr Zeit habt. Montags geöffnet von 12 bis 16 Uhr. Natürlich auch nach Vereinbarung möglich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao!